So, als nächstes gucken wir uns PP an, Polypropylen. Und wir wissen natürlich auch hier schon, das ist dasselbe wie Polypropen und nicht Prolipropen. Ich muss hier mal an Meisterpropper denken. Okay, was wissen wir über Polypropen? Wir gehen hier hin, Polypropen. Wir machen das jetzt genauso. Wir wissen also jetzt, Poly ist wieder eine Kette, es sind wieder ganz viele. Und dann haben wir hier Propen. Propen. Wir erinnern uns, Proethan hatte zwei Cs und Propen, Entschuldigung, Propan hat drei Cs mit einer Doppelbindung hier. Hat also hier nur zwei Hs, hat hier nur ein H und hat dann hier schlussendlich drei Hs. Deswegen kann es auch ein Methyl sein, Polypropylen. Entschuldigung, der letzte Satz war Schwachsinn. Jedenfalls ja, hier ist eine Methylgruppe dran, ja. CH3. Okay, wie sieht jetzt die Kette aus? Das ist doch das, worüber wir uns unterhalten sollten. Und zwar, ich mache die erstmal hier so drauf. Erstmal die etwas schwerer zu verschirrende Schreibweise. Und das geht immer so weiter. Okay, das ist aber so ein bisschen unbildlich. Ich schiebe das mal nach unten, damit wir hier so einen geraden Strich dazwischen haben. Ich mache das jetzt ein bisschen bildlicher und schreibe das aus. Wir haben also hier unser C, unser erstes. Das geht natürlich hier nach links weiter. Das ist dann an einem C dran. Doch, ist an einem C dran. Und das hat hier ein H und hat hier ein H und hat hier ein H. Und so geht das weiter. Das geht dann immer so weiter. Und wir erinnern uns beim Ethan eben, da hatten wir immer diesen Teil hier. Es waren immer so hier was und hier was. Also immer zwei so Dinger und das hat sich dann ein paar Mal wiederholt in der Kette. Wir merken jetzt diesen Ort hier. Und ich scrolle mal mit dem Video runter, sodass ihr es seht. Dieser Ort ist hier zum C geworden. Und wir haben jetzt dasselbe. Das kann ich jetzt nicht mehr so schön einklammern. Ich mache das mal so. Das ist quasi Propen. Quasi. 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 Irgendwelche Chemiker sind bestimmt jetzt sauer. Und auch hier wieder haben wir genau dasselbe. Auch wieder so ein Propen-Teil und wieder ein Propen-Teil und wieder ein Propen-Teil. Also es sieht genauso aus wie eben beim Ethen. Nur das hier, wo eben das H war, ist jetzt hier ein C mit den Dingern dran. Und jetzt sieht man schon mal was, was man eben noch nicht so gut gesehen hat. Erstmal sehen wir, wir haben hier. Ich muss mal ein bisschen hochscrollen am besten. Aber wir machen das jetzt mal so. Also wir haben hier Propen. Wir wissen noch, das hier ist Propen. So, wir gucken uns das jetzt an. Wir haben hier das C mit den drei Hs. Das ist hier unten. Dann haben wir das zweite C. Das ist das hier. Und da war jetzt eine Doppelbindung dran. Und die Doppelbindung hier ist quasi aufgegangen. So. Ist aufgegangen. Das war hier, vorher war, nein, das war gerade Mist mit dem Pfeil. Also vorher war das hier eine Doppelbindung. So sah das aus. Und jetzt ist das Ding aufgegangen. Hat sich so aufgeklappt. Wupp, hier rüber. Und konnte dann hier, also ich mache das hier mal blau dann vielleicht. Und konnte sich dann hier mit einem anderen verbinden. Und auch hier ist es so, hier war auch vorher eine Doppelbindung dran. Diese Doppelbindung hier. Da waren dann nur zwei Hs. Und jetzt ist es aber aufgeklappt. Wupp. Und geht so nach hier. Hier eine Anmerkung. Falls ihr irgendwelche Bücher, Chemiebücher oder Internet lest. Es kann jetzt sein, dass die das nicht so einrahmen, dass hier die drei Hs an der linken Seite sind. Sondern, dass die sowas, ich mache das mal hier auf der Seite hier. Dass die das so einrahmen, dass die drei Hs auf der rechten Seite sind. Das kann euch aber eigentlich wurscht egal sein, weil das ist einfach von der anderen Seite angeguckt. Also wenn ihr das Ding jetzt im dreidimensionalen Raum von der anderen Seite betrachtet, dann wird es ja so rum. Also lasst euch davon nicht verwirren. Okay, aber das war es eigentlich auch schon zum Polypropylen. Nicht zum ganzen Video. Aber wir gehen mal weiter runter. Wir stellen die dann gleich nochmal alle im Vergleich an. Nur damit man das besser sieht. Wir haben jetzt nochmal P, nennen wir das Pb, Polybuten. Wir wissen wieder Buten. Also wissen wir das noch. Buten hatte drei Cs. Ich mache es jetzt nochmal so. Das ist ziemlich aufwendig, das zu zeichnen. Und überall war ein H dran. Was natürlich ein bisschen voreilig war. Wir haben natürlich hier eine Doppelbindung. Es ist ja Buten und nicht Butan. Entschuldigung für diesen Fehler. Also wir haben hier nur zwei Hs. Hier haben wir nur ein H und hier geht es dann so weiter. Hier ist wichtig, hier ist keine Bindung. So, nur Sicherheitshalber. Okay, wie sieht jetzt hier die Kette aus? Jetzt wird es ein bisschen länger. Wir haben hier unser erstes C wieder. Ich mache es mal sicherheitshalber so, weil das hier auf der Reißseite schneller geht. Zack, zack. So, wir erinnern uns, wir hatten eben... Ich gehe nochmal hoch. Wir hatten eben hier das Kohlenstoffatom und da gingen drei H-Atome raus. Und jetzt haben wir hier ein Kohlenstoffatom und da geht ein Kohlenstoffatom raus. Und zwei Wasserstoffatome. Und hier gehen dann drei Wasserstoffatome raus. Die sehen bestimmt nicht so schön gabelig aus, wie ich es hier zeichne, aber ich hoffe, man erkennt es. Das ist ein H. Und die Kette geht natürlich nach hier weiter und die Kette geht auch nach hier weiter. Das heißt, hier würde dann sowas stehen. Und so weiter und so weiter. Und auch hier gucken wir uns das wieder an. Es ist dieser Teil hier, der sich wiederholt. Da steht dann oft auch das in einer großen Klammer mit einem N dran. Und auch vielleicht gehen wir nochmal hoch. Hier auch hier steht das in einer großen Klammer und dann N dran. Seht ihr eigentlich diese zwei Striche, die hier falsch gerendert sind? Ich hoffe nicht. So. Jedenfalls, das ist Polybutäen. Wir vergleichen nochmal hier wieder. Wir haben wieder hier die drei Hs. Wir haben hier die drei Hs. Dann kommt hier ein C mit zwei Hs. Die C mit zwei Hs. Und dann kommt hier das C mit der Doppelbindung. Das ist dann der letzte hier. Und die Doppelbindung ist quasi wieder rübergeklappt und hat dann hier eine Kette ermöglicht. Und auf der anderen Seite hat hier auch die Doppelbindung ist quasi... Stimmt, das ist eben gar nicht so rausgekommen. Die Doppelbindung geht ja in beide Richtungen auf. Also das ist ja was, was auf... Es sind ja zwei Atome hier und hier. Und die gehen dann auf nach hier und hier. Und ermöglichen so die Kette. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Okay. Aber jetzt wollen wir uns die Dinger mal alle nebeneinander angucken und dann wird auch ein bisschen klarer, was da so die Systematik dahinter ist. Das machen wir im nächsten Teil am besten.